Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da reinging Jesus und seine Jünger. Judas Harnum, der ihn verriet, wusste ihn auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer wieder, kommt er dahin mit Wacken, Lampen und mit Wachen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er die Klaus und sprach zu ihnen, »Wen suchet ihr?« Sie antworteten, »Jesus, Jesus, Jesus vom Nazareth!« »Jesus, Jesus vom Nazareth!« Jesus spricht zu ihnen, »Jesus, Jesus!« »Judas Harnum, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« »Judas Harnum, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« Da fragte ihr sie allerweil, »Wen suchet ihr?« »Judas Harnum, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« »Judas Harnum, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« Jesus antwortete, »Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei.« »Suchet ihr denn mich, zulasset diese gehen.« году Himmel, der ihn verriet, stund auch ein Wien. » うん, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« »Judas Harnum, der ihn verriet, stund auch ein Wien.« 100%